aber doppelkämpfer war das echt AC gewesen aber wir haben witzig ja schon wir haben die fände nicht geschafft sagen muss man so aber es war es war mal was neues ja schon ja da ist der nächste killer aber klick ist jetzt eigentlich regeln ja gut ja natürlich lieber elektro oder lieber stahl oder oder normal ich würde steile attacke machen ja kriegste boost alter okay die hämmerte junge manntags okay das kann auch klicks machen ja wegen wegen flugwasser ja merke ich okay gut level 17 bei der ersten arena aber ich hatte keine wahl und das war das gute gut so weil ja die du viel weiter was geht denn hier und eben youtube junge junge du bist du bist eine was hast du gift und gift klick diskussierte regeln und seit der legung hat alte die attacke ist oberkühle kubalium nächsten noch ein kampfpulli ja aber wenn er wenn jung blut von kampf angegriffen wird ja und ach so nee warte mal ja jung blut ja ich hab's gerade verwechselt ja klick klick hat eine kampfschwäche jung blut selber kampf mach mal voll 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 toll wer hat den stahltypen so an seinen stahltypen hab ich ja gar nicht gedacht toll ich hatte ihn schon mal im team gehabt und ich weiß es trotzdem nicht gut haben wir das war easy peasy ach klick brauchst du nicht du schaffst das irgendwann hast du einen stahltypen du steckst sehr viel ein komm ran wobei wow ja wow richtig geil da war die erste trainerin PSA dran ja mit Mewtwo oh ja oh my god knock two ok da ja da knallt die elektro drauf und dann warst du es oh gut das war das war weniger damage als gedacht ja wird auf rohr auch immer stärker ich bin eingeschneit es bleibt gleich stark warte warte klick hier voll leben ja ne nicht ganz nicht ganz er war bei glaube ich bei 37 das aufrohr so viel schaden macht ja das wundert mich gerade jungloot könnte jetzt dabei sterben aber ich muss angreifen komm fuck ja dann auch noch ein quit oder was fick dich bitte auf alter klick ist klick ist schneller ich muss ihn ich muss ihn weg quitten ich muss ihn irgendwie weg quitten das war es mit meinem starter danke dafür du wichser Donnershock hat die nicht rausgenommen also hat nur so viel abgezogen also ich glaube der wäre Stahl besser oder möglich ein versuch ja geht doch dreck wie du scheiß eule danke dass mein starter tot ist gut jetzt gut dass ich mag mal jetzt auch im team aber oh man ey das mag man erstmal wieder hinterher ziehen ja blöde bitch ich weiß du bist ein kerl du bist trotzdem ne bitch schieb dir das sonst wohin schieb dir das sonst wohin gut jetzt muss ich mag mal hinterher ziehen oder irgendwie mitleveln wow what wie ist du schwert wie ist du schwert das muss ich mir jetzt mal angucken klickt für mich nach einer strong attacke irgendwie klickt nach einer attacke von cobalium irgendwie oder oder von keilio ne hab ja auch einen gedanken gehabt oder was meine tante da für riesenglub schaut äh äh ja 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 er sagt die bell auch ja bei der bell gefällt mir die grünen augen tiefgrün danke jetzt kommt matrix auch noch ey geh doch weg nein ich bleibe für immer und ewig so jetzt matrix geht ja in die arena ja wow was soll ich damit jetzt anfangen gut kann ich jetzt nicht wirklich was mit anfangen aber gut gut dann werden wir mal gleich jungglut rauspacken die hast du leider verreckt danke dafür ich würde sagen äh den opa da oben den wanderer den will ich noch den will ich noch klatschen hoffentlich sagen wir es mal äh ja den opa zum wanderer also jungglut gib mal deine tm her dann kriegt das magma äh dein item meine ich tm what the fuck what the fuck so äh holzkohle dann gönn dir würde ich sagen so obwohl ja komm hier expertengurt kriegt dann willi okay und mal war ich gehalt jetzt ja gut da muss ich jetzt magma nochmal nach vorne packen damit damit er noch bisschen mit ziehen können und ja das ist das ist das ist Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ach so, nein, letztlich die ganze erste Entwicklung hat noch Wasser, die erste Mebraner hat der Bodentyp da, der Bodentyp da. Ach so, das ist die Vollwegung von Mebraner, Mebraner? Das wusste ich gar nicht. Ganz erste. Ist ja hässlich, ey. Na ja, Mebraner ist ein Frosch. Naja. Gemacht worden von einem Frosch. Ich weiß, oh ja, das wär was für Jungblut gewesen. Ne, leider ist er tot. Äh, warte mal, kannst hier irgendwer lernen? Kampfattacke? Ne, klick. Na dann, komm. Habe ich im Not von der Kampfattacke? Scheiß drauf. Ja, das war für Kampfpokémon geworden. Elektro, für Elektro kriegt er auch keinen Stepboost, also finde ich nimmt sich das nicht. Warte, das passt schon. So, ich weiß nicht, ob ich den Doppelkampf hier machen muss. Ja, tatsächlich, okay. Ja, schon wieder Cobalium, alter. Die Kampfattacke. Und Musch. Es hat die Kampfattacke. Cobalium hat eine Kampfschwäche. Ja. Gut, das hab ich. Gut, gut. Äh, ja. Ich hab kein Kratzer, also mach, boah, Spock. Deja. Weggeklatscht. Haha. Easy. Ja. Äh, Roffe mischt jetzt nicht, muss ich sagen. Also, das war das Projekt eigentlich, was ich mit Henno geplant hatte. Aber ich hab's jetzt quasi abgesagt aus dem Grund, weil wir ja mehr oder weniger beschissen haben. Ein-, zweimal und oder mehrmals. Und nee, das wollte ich dann irgendwann nicht mehr. Deswegen mach ich's jetzt auf Twitch. Aber da hatten wir's auch hochkrank gehabt. Da fand's Henno auch irgendwie besser. Und wir sind jetzt in der nächsten Stadt. Das heißt, ich würde sagen, scheiß drauf, den Encounter holen wir noch. Den Encounter will ich noch haben. Ich weiß auch genau, wo der Encounter ist. Ich geb mich noch kurz heilen und dann können wir direkt den Encounter dann holen. Wie kommt der Typ hier eigentlich so schnell hierher? Bei anderen Pokémon sind da statt der auch schon. Er kann fliegen. Ja, ich glaub auch. Er macht einen auf Zangoku und kann sich teleportieren, Alter. Er hat sehr viel Red Bull getrunken und hat jetzt Flügel. Ja. Alte Krone. Noll. Er hat sogar zwei Encounter. Ja, hey, Pixi. Pixi unterschätzt man tatsächlich. So kacke ist Pixi nicht. Ja. Äh. 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 Wenn ich... Gesundheit und wenn ich ihn angreifen würde, glaub ich, stirbt der, oder? Da könnte er überleben. Auf Matrix-Verantwortung. Ja, gut. Das Ding ist, Pixi hat hier nur den normalen Typ. Was du ihm fehl, ihn fehl, ihn fehl, nicht auf den Spiel gibst. Ja. Ja gut, dann, dann hat er quasi nur ne Kampfschwäche. Ich hab gehofft, dass er mit dem Donnershock noch ne Paralyse kriegt, aber ne, hat auch so gereicht. Passt. Pixi. Willkommen. 40 Kilo, fette Schwein. Dann gleich direkt den nächsten Encounter. Ja. Ah ne, ich bin mir grad nicht sicher. Ich glaub das ist keine neue Route. Doch. Man, Matrix, man müsste mal ne Challenge machen. Ich kann das im... Ich kann das im Randomizer einstellen, dass... dass ich only nur die Attacke im Metronom habe. Alter. Das wär hardcore. Das man nur mit Metronom angreifen kann. Alter. Ne, ist keine neue Route. Ja doch, ne. Machst du noch ein Stück weiter, wo du gehst. Hä? Ist keine neue Route, wie ich gesagt habe. Okay. Da unten liegt aber ne TM, aber die hol ich mir später. Die hol ich mir dann später. Würde ich sagen. Machen wir gut ausgeschafft. Ja, ja. Ich weiß, Roffel. Ich weiß. Ich war mit Tenno schon relativ weit, sagen wir es mal so. Deswegen. Bisschen was weiß ich noch. Oh, Speicher kann ich auch. Äh. Und Roffel, by the way, der Rivale hatte beim zweiten Kampf ein Labradus. Also. Ja. Hä? Er hat's diesmal richtig gesagt. Hehehehe. Ja, wirklich. Hehehe. Hehehe. Er hat's sonst immer hoch gesagt. Wow. Ich, ich überleg's mir, ob ich das mit dem Hochkantformat mache. Dann muss ich das Overlay zwar nochmal neu machen, aber dann könnte ich rechts oder links zum Beispiel auch den Chat anwenden. Dann würde es theoretisch so aussehen. Aber so finde ich den Bildschirm irgendwie kleiner als vorher. Ich find's anders irgendwie angenehmer. Also. Also.